Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informant. Allen vorweg möchte ich einmal ProSit Neujahr sagen, weil es ist ja das erste Video im Jahr 2024, das ich für euch produziere. Und ich wünsche euch natürlich alles Gute für dieses Jahr und auch natürlich Diamond Hands für eure Investments. Und wir haben dieses Jahr viel vor. Denken wir alleine an das Bitcoin Halving, das ja dieses Jahr stattfinden soll. Und natürlich auch der Bitcoin ETF, der hoffentlich demnächst an den Start geht, wie man es ermunkelt. Aber lassen wir uns mal überraschen, was das Jahr 2024 so für uns bereithält. Aber natürlich jetzt geht es darum, wer hat jetzt natürlich bei meinem Weihnachtsgewinnspiel gewonnen und kann hier diese CryptoStamps abgreifen. Also wir erinnern uns jetzt noch einmal, was es zu gewinnen gab. Es gab hier zwei CryptoStamps der zweiten Generation zu gewinnen. Und jetzt noch einmal ganz kurz in Erinnerung gerufen, was musste man dafür tun? Also man musste meinen Kanal abonnieren, man musste das Video liken und man musste mit Hashtag Gewinnspiel hier einen Kommentar da lassen. Und ich wünsche jetzt natürlich allen, die das gemacht haben, alles Gute. Und jetzt möchte ich euch eigentlich nicht mehr länger auf die Folter spannen und ich hätte gesagt, wir werden jetzt die zwei Gewinner aus den Kommentaren auslosen. Und jetzt natürlich noch abschließend das Wichtigste, das hätte ich fast vergessen darauf, was müssen natürlich die zwei Gewinner tun? Die müssen sich natürlich bei mir per E-Mail melden. Ihr findet das Ganze natürlich auch noch einmal unter dem Video verlinkt. Also keine Sorge, hier werdet ihr gleich hinfinden, wenn ihr da einfach dann draufgelegt und meldet euch dann einfach bei mir. Und dann werde ich euch das Ganze, nachdem ihr euch bei mir gemeldet habt und die Kontaktdaten hier mir zukommen habt lassen, auch mit dem Gewinn dann per Post glücklich machen. Und das Ganze sollte dann bei euch demnächst im Postkasten landen. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, gleich hier die Auslosung der Gewinner. Wir befinden uns jetzt auch schon auf der Seite von pickerwinner.co und ich habe jetzt schon das Video voreingestellt und natürlich auch den Parameter mit Hashtag Gewinnspiel. Und natürlich werde ich keine Duplikate zulassen, weil es gibt ja immer wieder den einen oder anderen, der glaubt, dass er da mit mehrfach kommentieren hier größere Gewinnchancen hat. Natürlich nicht bei mir. Aber jetzt klicken wir mal auf Continue und wir sehen jetzt hier, dass eben sechs Personen hier eben für den Gewinn hier schon vorausgewählt wurden. Und jetzt werden wir aus diesen sechs Kommentaren hier einen Gewinner ziehen und wir legen jetzt eigentlich gleich los. Also der erste Gewinner wäre mal Christian Reiß-Müllner. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Und jetzt werden wir noch einen zweiten Gewinner ziehen. Und das wäre jetzt lt-et4zi. Auch dir herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Meldet euch bitte direkt bei mir per Mail, damit ich euch hier dann euren Gewinn per Post zukommen lassen kann. Und ich hoffe, ihr habt relativ viel Freude damit. Und nachdem die Gewinne jetzt gezogen wurden, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als wie. Bleibt gesund. Alles Gute für 2024. Und wir sehen uns wieder direkt bei mir im Kanal im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.